Lasst uns heute die beeindruckende Chefry Profi Küchenmaschine genauer unter die Lupe nehmen. Mit ihrer robusten Bauweise und umfangreichen Ausstattung verspricht sie ein Bäckerlebnis der Extraklasse. Das robust gefertigte Metallgehäuse und die stabilen Saugfüße verleihen der Maschine einen festen Stand. So bleibt sie auch BI anspruchsvollem Kneten absolut ruhig. Der leistungsstarke 1800 Watt Motor meistert mühelos größere Teigmengen bis 7 Liter in der geräumigen Edelstahlschüssel. Dabei sorgt das einzigartige 360 Degree Planetenrührwerk für eine optimale Durchmischung ohne Rückstände. Mit den 10 Geschwindigkeitsstufen finden sie für jede Zutat die ideale Einstellung. Ob zarter Mascarpone, fester Brotteig oder luftiger Eischnee, diese Maschine beherrscht alles perfekt. Die drei hochwertigen Edelstahlrührwerkzeuge sind vielseitig einsetzbar und besonders langlebig. Der praktische Spritzschutz hält ihre Küchenumgebung sauber. Die Bedienung über den intuitiven LED-Touchscreen ist kinderleicht und schont den Rücken. Die Timer-Funktion knetet oder rührt für sie automatisch. Das Ellenbogen-aktivierte Start-Stop-Ventil lässt sich sogar mit schmutzigen Händen problemlos bedienen. Und dank des integrierten Erweiterungsanschlusses erweitern sie den Funktionsumfang nach Bedarf. Mit der Chefry Profi Küchenmaschine holen sie sich ein verlässliches High-End-Gerät für ihre Küche. Die sorgfältige Verarbeitung, die enormen Kapazitäten und der hohe Bedienkomfort machen sie zu einem echten Kraft- und Allround-Paket für Hobbybäcker und Profis. Überzeugen sie sich selbst!